Wir haben jetzt wieder die Möglichkeit, nach links oder nach rechts zu segeln. Und das können wir ja schon mal machen, während wir ein paar Nebenmissionen erledigen. Ja, ich weiß, ich kann hier theoretisch den Turban machen, aber ich werde es erstmal lassen, denn wie gesagt, wir wollen ja genug Zeit haben, um ein paar Nebenquests abzuschließen. Unter anderem von Rolf. Erledigt ruhig schon ein paar fiese Typen, ich komme dann bald nach. Ja, so ist es wohl am besten. Wenn man zuerst die Bösewichte erledigt, haben alle was davon. Bösewichte erledigen wie cool. Schnell hinterher, weil sie über alle Berge sind. Da sind wir auf jeden Fall dabei. Nur ist halt die Frage, wo? Manche Missionen sind nur zeitverdicht verwirkbar, das wissen wir schon. Haben wir? Naja, also wir. Wir werden euch doch nur im Weg. Darum. Unterstützen wir euch lieber moralisch. Okay. Cool, danke. Schon jemals Fuß auf eine Splitterinsel gesetzt? Splitterinsel? Das sind kleine schwimmende Inseln, die nicht an Capitabura angebunden werden können. Obwohl sie so winzig sind, hat jede Splitterinsel einen eigenen Namen. Wieder Planet Pluto. Spitterinsel finden, neben den großen Inseln-Kontaktanien findet man auch Splitterinsel. Die haben einige Überraschungen parat. Da sind unzählige Gegner und Rätsel, Items und Münzen. Reise auf Splitterinsel mit Hilfe einer großen Kanone. Die kann man aber nicht anbinden, wie bereits gesagt wurde. Also, halte also auf deiner Reise zur nächsten großen Insel mit einem Leuchtturm ruhig ausschulden aus Splitterinseln. Um die Beine zu vertreten. Falls eine Splitterinsel sichtet, kann sich ein Besuch lohnen. Vielleicht erwartet euch eine Überraschung, zum Beispiel entschuldigt oder so. Okay. Das werde ich mir merken. Das merke ich mir. Und ich glaube, das ist die einzige Mission hier, die man hier machen kann. Stecktdorf für unsere Pläne. Wasser stecktdorf mit den führten Isolanern vor. Das musst du wirklich rausfinden. Auf einer Mini-Minsel. Reise zu dieser Mini-Minsel. Okay. Ich würde vorschlagen, ich reise jetzt mal hier ein bisschen. Ich mache die Tour am besten an, dann geht es schneller. Hier muss ich so ewig lang. Ich reise mal übelst lange und ich gehe auf keine neue Insel. Erst wenn ich herausgefunden habe... Oh Gott, was ist das denn hier? Das geht ja überall hin und her. Oh Gott. Ja, erst wenn ich herausgefunden habe, wo das ist. Warte. Da ist was. Wenn das die ist, dann geh wir da hin. Sonst lasse ich die erst mal liegen. So nehme ich mich. Nicht, dass wir sonst die Mission nicht mehr machen können. Das wäre auch schade. Was haben wir hier? Ertragkammer. Ach, das haben wir auch noch hin. Okay, nee. Das ist eine Story-Insel. Da gehen wir jetzt noch nicht hin. Aber gut zu wissen. Gut zu wissen. Waren wir dran vorbei. Oh Gott, wir können jetzt schon überall hin, habe ich das Gefühl. Also vom Polychrom mehr. Äh, hier lang. Okay, dann nicht. Dann hier lang halt. Äh, oder hier lang am besten, ja. Ach, der muss denn erst mal außen rum. Äh. Okay. Was? Der kleine Furz hier? Warte, kann ich noch hier lang? Nö. Finde diesen Weg. Okay, toll. Wieso kann ich überhaupt lang? Äh. Na schön. Warte, ich kann mal kurz nachschauen. Ob es eigentlich noch irgendwo einen Ort gibt, eine Insel gibt, wo wir noch lang könnten. Hier, ich schaue mal ganz kurz nach. Ich meine, wir haben überall alles, aber sicher bin ich mir nicht. Da steht Häkchen. Häkchen, 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 Häkchen. Also eigentlich sieht es alles tipi-topi-perfecto aus. Ich sehe da jetzt nichts Falsches dran. Na gut, dann fahren wir bitte hier lang. Und wenn wir nicht nach links dürfen, dann fahren wir halt nach rechts. Äh, tschiom. Weißt du ja nicht, wie du bei der, bei dem Ding hier einfach gerade ausführen kannst. Aber er kann es halt einfach. Da können wir immer noch nicht lang. Wir müssen vermutlich hier hin oder dort. Hier ist etwas. Moment. Das schauen wir uns doch mal an, wa? Ja, ja. Hoffentlich ist das die Mini-Münsel. Da vorne. Ja, die Mini-Münsel gesichtet. Sieht aus wie ein großer Lavakuchen, wenn ihr mich fragt. Da gehen wir nochmal hin. Oh, das ging auf nem Plan. Jahu. Oh, schon da. Scheinbar sind wir endlich mal perfekt gelandet. Gut gemacht, Luigi. Oh, da ist er ja. Abführen. Kaha, jetzt kommt ihr zum Gleichterm im Brot ziehen. Ab in die Omen-Produktion. Nein, bitte nicht. Hilfe. Hilfe. Hey, was für ein Güller hat das mit diesem Omen-Zeug auf sich? Was genau habt ihr vor, hä? Pfeift sofort eure Piepmätze zurück. Und ihr seid's. Mario und Luigi, Meister. Die beiden Nasen hat sich da, ihr wisst schon. Die zwei, die uns schon mal auf der Solidie in die Quere kamen. Ach so, die berühmte Ausschlag-Brigade war demnach nicht in der Lage, sie zu eliminieren. Äh, äh, ich weiß nicht. Klinger hat's verborgen. Und, äh, darf ich noch was sagen, Meister? Ausschlag ist leider nicht ganz korrekt. Wir sind die Ausfall-Brigade. Äh, Rathos, du alter Vertrahter, äh, Verräter. Uff, auuuch. Ah, der wüsste war der Versager. Was soll ich sagen? Wer misst man und der wartet die noch aus? Der Plan sieht vor. Unmengen undeutlich da für die Omen-Produktion zu sammeln. Entführt mir Isolana, statt noch mehr Zeit mit den beiden Trotteln zu verschwenden. So viel, Meister. Ich dachte, du kannst noch ein Stift ein. Habt ihr seid nicht kapiert? Nächstes Mal kommt ihr nicht so glimpflich davon. Braucht ihr jetzt alle ab? Oder bleibt ihr eine hier? Wer kämpft? Ihr kommt nicht davon, bloß, dass ihr's wisst. Die Spannungsweg. Hast du da kein Verfliegen? Hey! Wie sollen diese drei Sauteilchen bald mal ein wenig ins Handwerk pfuschen? Hä? Ui, die hast du da gefunden. Pizza? Vollgasstiefel! Oh, können wir jetzt daschen? Können wir jetzt rennen? Upsi, da hat mir jemand was verloren. Schwein gehabt. Vergessen nicht, die guten Stücke auch mal im Kampf auszuprobieren. Oh, nur ein Ausguss. Okay. Alles klar, jetzt wissen wir seinen finsteren Plan. Er wird alle deutlich dazu, undeutlich dann umwandeln. Und dann will er sie für seine große, für seinen großen, üblen Plan ausnutzen. Oh, da ist noch ein Block. Komme ich denn zu dem Block da oben hin? Warte mal. Das war die Mission. Einfach muss ich nur die Katzen hier anschauen. Ist ja auch nicht schlecht. Haben wir zumindest mal ein paar Motive erlernt. Ein One-Up. Warum auch nicht? Ist ja noch was. Schade. Da hätte ich was versteckt. Da hätt' ich was versteckt. So, ich hab' mir Bohrer. Werden zwar auch die Goldröhre nehmen können, aber egal. Wenn ihr schon die die Goldkanone hier rumsteht, wenn die hier rumliegt, dann nehme ich sie auch. Wer hat die hier dran gebaut? Hm. Aber da wird's auch wieder gelernt. Auf kleinen Inseln gibt es keine Leuchttürme, weil wie denn auch? Das ist zu klein. Sozusagen das du hinbauen könntest. Wir müssen Kolatte einfach an diesem Ohmen erzählen. Auf jeden Fall. Sofort. Wir können zurück machen, Luigi. Kolatte, wir haben schlimme Neuigkeiten. Wie cheap wer von der Kug. Verdammt. Sie haben den Unterküchter, um daraus Ohmen zu erzeugen? Yep. Sagt ihr das irgendwas? Nein. Aber was auch immer. Es kann nichts Gutes sein. Oh yeah. Heißt das vielleicht, dass Steckdorf was mit dem verbleibenden Prozess zu tun hat? Wenn Peach in Gefahr ist, sollten wir lieber schnell nach Entröger... Fail. Ja, ich meine nach Atrakama aufbrechen. Gott, was so nah mir. Ja. Das haben wir vorhin gefunden. Miniminsel. Es ist wenig Platz und doch könnte sich ein großer Vogel ja wohlfühlen. Der hier. Das ist ja... Ja, Atrakama. Ein großes Kreisverband ist aber bestimmt dieses runterbunte Eiland. Okay. Dann singen wir mal hier in die Richtung. Geht der ernsthaft dann... Oh mein Gott, seht ihr das? Er geht extra außenrum dafür. Das Detail finde ich irgendwie voll cool. Das ist ja einfach dieser Wind sehr schnell weht, wenn man den Turbo anhat. Aber mir ist gerade eingefallen, wir haben ja noch Stiefel erhalten. Die Vollgasstiefel. Mit jenen besiegten Gegner steigt Geschwindigkeit um 30%. Ist für lange Kämpfe sehr gut, wo ganz viele normale Gegner auch noch mitkämpfen. Außerdem steigt Sprung und Geschwindigkeit ein wenig... Wie sieht es denn bei Luigi aus? Oh, für ihn würde sich das viel mehr lohnen. Dem gebe ich die. Der gibt dann nächstes Mal ziemlich Vollgas. Und wir geben jetzt auch Vollgas auf die nächste Insel. Eine weitere Story-Insel. Wir sollten jeden Moment da sein, soweit ich weiß. Ja, komm schon, komm schon. Wir gehen schon mal in die Kanone. Da, wo ist sie? Könnt ihr sie sehen? Ist es sie? Da ist sie! Oh, Alter! Wenn man in der Kanone ist, geht der Speed immer weiter. Das ist eigentlich... Eigentlich schlecht, weil der geht automatisch aus der Speed, wenn man auf der O-R-Holt ist. Aber der Kanone nicht. Warum, warum? Ich hab sie erwischt. Ist ja gut. Komm, Luigi, das letzte Mal hast du es richtig gut geschafft. Komm schon. Ja! Luigi, du bist ein Naturtalent. Ich bin stolz auf dich. Atra-Kammer. Hier wohnen Leute. Ist ja irgendwie... Kommiss, oder was? Was geht ab? So, wir wissen, dass Princess and Peach irgendwo auf der Insel ist. Aber wo genau? Hey! Wie ihr da gerade angeflogen seid? Wow! Wie habt ihr das gemacht? Warum seid ihr hier? Wir haben uns mit einer Kanone hergeschossen und Suche-Prozessen-Peach. Kennt ihr sie? Eine echte Prozessin? Oh, sag mal. Wie sieht diese Peach eigentlich aus? Na, pinkes Kleid, bunde Haare. Hm, rosa Kleid, ja? Habt ihr so jemanden gesehen? Hm, das ist hier nicht. Vielleicht ein Brunnen, oder? Oder oben dann ein Hidden Block. Aber was? Dahin kommt ihr nur durch das Labyrinth. Nicht gerade was für Anfänger. Pff, kein Problem, oder, Jungs? Da sind wir doch ratzfatz durch. Aha. Der Hänger ist gleich hier. Ja, let's go. Let's go. Seid vorsichtig, die fliegen in letzter Zeit besser mit Vögel herum. Wow! Eine tolle Aussicht von hier oben. Moment, legst du uns hier, tolle Hilfe. Der Nächste. Diese Vögel verschleppen alle, die sich im Labyrinth verirren. Die Sicherheit hier, das ist doch, ach, zu wünschen, wir bricht. Also sind die Vögel hier auch? Ach nein, Pris and Peach. Wir müssen uns beeilen. Vielleicht wird sie schon geführt. Hoffentlich findet ihr eure Päsesse. Danke. Hoffen wir es auch. Und hoffen wir, dass wir auf die ganzen deutlich da finden, bevor jemand anderes die findet. Bis er sich nur drei verstecke. Also wird das noch ziemlich simpel hier an der Stelle. Aber das ist wirklich nur ich meine, eine kleine Insel, die halt groß genug ist, um halt einen Leuchtturm aufzubauen. Aber ansonsten ist es trotzdem eine wirklich kleine Insel. Wo man eine kleine Kirmes aufgebaut hat. Eine von meinen besten Freundinnen auf dem Platz habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Eigentlich kommt man mit Connector-Blüten dahin, aber jetzt müsste ich durchs Labyrinth. Meine Freunde und ich hassen das Labyrinth. Mennu, wann sehen wir uns endlich wieder? Bald, Kollege, bald. Wolltest du aber hin? Das wird kein Zuckerschlecken. Aber hey, wer früher aufsteht, der schafft das schon. 50 Menschen, du warst. Oh, hier ist noch was. Oh, eine Maschung. Ja, hui. Ups, wollte nur gucken. Was hieß denn da? Ich habe gehört, ihr sucht eine Prinzessin. Das ist so romantisch. Hier auf Atrakama bin ich als die gute Seele der Insel bekannt. Prima, oder? Was macht da der Stirnraum? Ist die so tief? Äh, Zigaretten. Ach so. Ich weiß auch genau, wohin ihr im Labyrinth als erstes gehen müsst. Zum Trend Zentralaussichtsturm. Von Doha seht ihr das ganze Labyrinth. Wie man den findet? Nun, ganz in der Mitte gibt es einen Platz, auf dem sich der Zentralaussichtsturm erhebt. Diesen Platz muss auch die Prinzessin passieren. Frag doch mal nach ihr. Ähm, und dann müsst ihr nur noch irgendwo herhin. Alle, die sich dem Labyrinth stellen, landen irgendwann dort. Die Prinzessin sicherlich auch. Und... Das, da wäre dann das Ende vom Labyrinth. Wäre die Prinzessin richtig gut und das ist vielleicht schon dort angekommen. Prima, wie ich mich auskenne, oder? Tja, ich bin eben die gute Seele von Atrakama. Alright. Los geht's. Okay, das ist aber auch klug gemacht. Auf der Web kann man nicht sehen, wie man da irgendwo langkommt. Das wird nicht eingezeichnet. Oh mein Gott. Sind das die Bäume aus Bronses Inside Story? Wait. Die sehen voll so aus. Hä, sind die doch, oder? Bin grad blöd. Okay, die sind nicht 1 zu 1 die gleich. Die haben eine andere Farbe, aber ansonsten... Ach stimmt, wir können die Effektchef mal wieder ausprobieren, ne? Ach so, ist das einfach nur zum Auswählen. Ich kann die im Kampf wechseln. Oh, das ist wirklich interessant. Das ist wirklich interessant. Ich hoffe wirklich, dass wir so weit wie wirklich neue paar Attacken bekommen, please. Ich krieg mir schon sein während folgendummer auf. Das ist einfach ein langweiliges. Immer das Gleiche. Aber zumindest bleiben die Insel fresh. Die sind immer interessant. Das ist immer was Neues. Ich meine, Kürbis? Aus dem Nichts. Jetzt noch ein Karussell. Dann wäre perfekt. Oh yeah. Vielleicht kommt der noch eins. Wer weiß. Was ist denn hier? Ähm, Yellow? Geht's hier lang oder so? Was ist mit Norios Beinen los? Was war das denn? Äh, also ich weiß, dass seine Beine länger werden in dieser Sprunganimation. Aber ich... Den Frame habe ich noch nicht gesehen. Oh man. Ja, komm, das ist einfach... Das kann man nicht versauen. Wenn man einmal im Klau drin ist, dann kommt es nicht mehr aus dem Klau raus. Dann floust du einfach weiter. Der hat 150 Schaden fast gemacht. Und der hat wirklich noch die Nervlich aufrecht zu stehen. Selbst hat er einen tollen Treffer? Das würde ich schon sagen, du, Kollege. Also du 200 Schaden überlebst auf keinen Fall. Nö. Nada. Auf keinen Fall. Ich hoffe, ich bin jetzt mal auszuweichen. Das sind so viele von denen. Geht zurück aus dem Wald. Was seid ihr hier? Oh man. Huuu. Warum ist der riesig? Ich dachte, er machte zweimal. Ich habe gedrückt. Ich habe losgelassen. Aber okay. Das Spiel sagte nein. Warum auch immer. Warte mal. Der Stecker, den wir gerade haben. Sprungattacken auf Gegner. Wir wirken kritische Treffer. Ah. Sprungattacken war das. Ich habe das Falsche. Egal. Machen wir den grünen Panzer. Das sollte den links Typen killen. Und recht schon mal schönen Schaden zufügen. Das ist wirklich schwach von Luigi. Wirklich, schau dich das mal an. Warte. Aber das war wirklich wenig. Das hast du jetzt nicht überein. Wuuu. Luigi. Luigi. Oh danke. Er darf wieder stehen. Lakewi. Danke, Pilzstecker. Das wurde auch verbraucht. Sieht man da unten. Rosterisch heißt der. Oh man. Ein rostender Baum. Also ein rostender Metallbaum. Er ist aus Metall. Natürlich. Ist aus Metall. Was soll er bitte sonst sein? Oh yeah. Yahoo. Bonk. Ist das nochmal versuchen? Versuch's doch gerne nochmal. Ja. Oh. Ups. Das war nur ein super. Aber es war zumindest super duper. Okay. Genug des Cringes. Kann man da lang? Jetzt auf jeden Fall nicht. War ich mir das jemals merken? Keine Ahnung. Wer bist du denn? Ich glaube ich hab mich total verframst. Wo bin ich? Wer bin ich? Hoffentlich bin ich wieder raus. So bevor ich noch meinen Namen vergesse. Na ja. Du hast schon vergessen wer du bist. Hä. Sieht nicht so gut für dich aus Kollege. Was für den Gegner hier. Das Spiel will wirklich. Dass ich jetzt endlich mein Level abs mache. Nein Spiel. Ich will low level bleiben. Das ist interessanter. Oh. Mach mal einmal. Oh. Darf man holt er den? Oh no. Weg mit den. Pixo Mixo. Pixo Mino. Damn. Selbst auch 60 Schaden gibt er noch. Die haben's faustdick hinter den Ohren. Sagt man so. Oh ein Autsch Autsch. Autschi Autschi. Nein. Mario. Lass ihn rollen. Besser ist. Okay. Wie viel Leben hat der? Nicht mehr viel. Wir haben beide nicht mehr viel. Bonk. Bonk. War wieder zu früh. Nicht schlimm. Wir können ja auch wieder früh machen. Und. Damn. Schon die Hälfte. Vielleicht sollte ich am Ball bleiben. Slap-Up könnte auf jeden Fall nicht schaden. Dann sind wir dem Bumerang immer näher. Kommt wir immer näher. Wow. Haha. Lappen. Oh mein Gott. Wo muss ich lang? Hilfe. Hilfe. Nein. Nein. Sie ist mir nicht. Verdammt. Oh. Meine Kappe. Mama. Wie. Oh Gott. Hau ab. Tschüss. Und du? Was gibt das denn jetzt? Wieso für zweimal? Nur weil er riesig ist? Das ist Cheatailer. Das ist unfair. Was wird denn jetzt? Nein. Mario. Mario. What the fame. Was hast du? Boah. No. Hine. Ein leiten Ausrutscher. Yahoo! Die Ouch-Treffer, die sind nice. Komm, machen wir den down. Machen wir ihn platt. Schön. Los, Geschwindigkeit in den Stiefeln. Zu früh. Ich bin mir halt mit der Hitbox nie sicher. Deshalb denke ich, ich greife lieber ein Stückchen vorher an, als ein Stückchen zu spät. Aber ist vielleicht nicht die beste Wahl, nicht die beste Entscheidung meines Lebens. Die zweitbeste Entscheidung. Nein. Warum? Okay. Jetzt. Ich habe geduld. Ich habe losgelassen. Lucky. Danke für den automatischen Bild. Der Stecker ist so wichtig. Aber wirklich. Nee, komm. Zwei Hammer-Angriffe sollten ausreichen. Außer ich versauge ich jetzt. Aber ich soll sie gut versauen. Weil es ist wirklich easy. Ich habe mich nur angestellt. Komm. Oh. Es hat gereicht. Das ist das, was zählt. Oh, Mann. Mell, wir präsentiert jemals wiedersehen. Das und viel mehr. Keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Und scheinbar bin ich da. Hallo. Ihr sucht doch eine rosa Prostessin? Die kenne ich, weil sie hier vorbeikam. Sie meinte, sie wäre auf dem Weg zum Springenbrunnenplatz. Ach, hoffentlich hat sie es heile aus dem Labyrinth herausgeschafft. Ihr wollt auch zum Springenbrunnenplatz? Mal sehen. Der Springenbrunnenplatz liegt gleich östlich von hier. Aber, naja, mit dem Labyrinth. Ihr müsst also zuerst zum West-Aussichtsturm. Aber das ist doch komplizierter, als es klingt. Was viele nicht wissen, über das andere Front hier, man kann es ummodeln. Dann gehen auf einmal neue Durchgänge auf und andere geben wieder zu. Ich guck damit. Oh, im Reiseführer steht auch was. Folgen Sie stets den roten Fähnchen. Bin ich hier mal Pokémon oder was? Wenn es einen Schalter gibt, wird draufgehauen. Wie wäre es mit dem Gleich hier? Na, noch Schlag zu? Okay. Das hat irgendwas gemacht. Aber was? Hat sich mal was bewegt? Wenn wir da hochsteigen, sehen wir vielleicht, was es war. Musst du es? Mir fällt einfach so ein besserer sein, Mario. Oh, ja. Was wäre? Das ist doch mal die Idee. Du bleibst mit deinem Hammer hier unten, Luigi. Und du, Mario, du gehst nach oben, zwecks Überblick. Teilt euch auf. Lass es uns ausprobieren. Du fauler, grüner, sag, du willst doch nur nicht die Treppen nach oben gehen. Na ja, was soll's. Dann machen wir das halt. Dann helfen wir jetzt aber nochmal die deutlicher zu fangen. Sehr gut. Ähm, hier war aber noch einer. Hallo. Früher hieß es, dass man sich rechts halten soll, um aus einem Labyrinth zu entkommen. Hier bei uns ist aber so, dass man hier zuerst einmal ganz links gehen muss. Und auch nach ganz links gehen muss. Okay. Das merken wir uns mal. Luigi, ich bleib da stillen. Oh Gott. Wow. Wow. Okay, lass mal sehen. Die roten Fähnchen zeigen einem den Weg. Okay. Wo können wir lang? Nach oben links nicht. Wir können jetzt auch oben rechts lang. Da ist eine Sackgasse. Also Luigi, schwing mal deinen Hammer. Wo können wir jetzt dann? Wir können nach oben links immer noch nicht. Unten links kommen wir lang. Okay. Da kommen wir nach oben links hin. Und von oben links kommen wir dann nach generell links. Zu zwei Ausrufseitblöcken. So kommen wir zwar nicht weiter, aber zumindest kommen wir schon mal nach oben links. Das könnte weiterhelfen. Das probiere ich jetzt mal. Luigi. Hier war nichts, oder? Warum sind hier diese Löcher? Da ist doch was. Da sind irgendeine blöcke hinter den Löchern. Aber wie komme ich da hin? Da muss es doch irgendeine Technik geben, Tadeus. Hallo, nein. Lass mich in Ruhe. Ich will nicht. Huh. Made it. Was haben wir hier? Ist hier irgendwas? Nix doch. War sie nicht so unglaublich rosa und absolut herzunterliebst? Was, Peach? Na, ich weiß nicht. Rosa? Sprechen die von... Nein, die sprechen nicht von dir. Du liebe Goethe, diese selbe Rund ist aber auch schrecklich verworren. Mario, Luigi. Ich wünsche mir so sehr, dass ihr kommt, um mir zu helfen. Huch, sehe ich da etwa meine schnauzfertigen Helm? Wer sagt das? Ich zweite dich mehr, als euch bald zu sehen. Mario, Luigi. Börder? Börder? Was machst du denn hier? Wo ist Yoshi? Hä? Freut ihr euch so, die Prinzessin zu sehen? Ah, das ist sie nicht. Alles klar. Tja, das war Pech. Dann suchen wir jetzt besser weiter Prinzessin Piet. Oh, yeah, okay. Merch weiter hier, Schnuckis. Was machst du hier? Oh, ihr seid schon wieder zurück? Nun, ich beschwere mich nicht. Oh, oh. What the hell? Oh, ihr seid aber schon weit gekommen. Gut gemacht. Allerdings habt ihr damit erst ein gutes Riffelmiss zum Springen vom Katzenbegde des Abrids geschafft. Ein Rüttel? Freude, unser Abend geht noch ein Stückchen weiter. Die Insel ist doch größer als erwartet. Das Labyrinth ist sehr komplex. Darum sind nicht nur Beine, sondern auch Kopf gefordert. Doch es ist mehr als so ein Rätselspiel. Es ist Teil des Sicherheitssystems dieser Insel. Dr. Woltson, die Entwicklerin des Labyrinths, ist auf dem Brunnenplatz im Osten zu finden. Als geht sie uns mehr? Vorhin kam eine junge Dame hier vorbei, die in ein zickendem Rosa gekleitet war. Sie wollte zum Springenbrunnenplatz im Osten und bat mich um einen Tipp. Ich empfahre ihr noch mal zum zentralen Aussichtssurm zu gehen. Zwinker, zwinker. Zwinker, zwinker? Was sollte der jetzt andeuten? Und hier kann man übrigens auch noch lang. Und man kann hier auch nochmal gegen... Armer Mario. Hier ein paar Gegner kämpfen. Wir haben erst ein Drittel, Freunde. Beim nächsten Mal haben wir die restlichen Drittel, die uns fehlen. Die restlichen beiden Drittel. Äh, ne, Hammer sollte reisen. Ist okay. Müssen ja unser Stecker nicht sofort benutzen. Vor allem gegen diese Loser. Oder boah. Ich habe noch zu viel Leben, merke ich gerade. Hä? Aber meinen Prozess habe ich nicht bekommen. Schade. Es läuft halt nicht immer nach meinem Schnauzbart. Aber zumindest hat mein Schnauzbart bald ein Level abhängen. Daran arbeite ich noch mal. Oh, Moneten und ein Bourbon. Eine Bourbon. Und... Nein, weil ich gesprungen bin am Ende. Och, nö. Ja, sorry, Freunde. Habt ihr jetzt ein längeres Outro? Gönnt euch. Was geht jetzt ab? Gibt jetzt ab? Na, der Müll. Hehehe. Mann, ist zu beleidig, Luigi. Du warst so langsam. Aber zumindest kriegst du BP zurück. Ich bin gesprungen. Ich bin gesprungen. Wow. Lächerlich. Komm schon. Levitame. Okay. Was? Ne, stopp. Ähm. Auf jeden Fall ein Sprunggang. Oh. Sogenan andere Animationen. Sowas wie früher. Okay, Mario kann wieder kämpfen. Aber er ist sehr geschwächt. Natürlich gehen jetzt auch... ich frage mich ob das einfach pilze sind die wir auch besitzen oder ob der einfach aus dem nichts pilze rauszieht bei dem stecker das frage ich mich ja eigentlich hier da ist es das was wird alle fragen der schon mal da und jetzt der letzte nein ich bringe mich auf das was zum ganz anderer angriff wenn ich vorher glaube noch nie gesehen habe ich kann mich nicht erinnern hell no mario oh yeah nächstes mal peach level up und neue inseln ja 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 ja